Dann wollen wir mal das Lager verlassen und weiter töten. Eine ordentliche Blutspur ziehen wir uns schon hinter uns her. Bevor wir hier weiter gehen, sollten wir noch mal kurz... Ich werde noch mal hier lang. Das machen wir lieber, bevor wir in den Heim gehen. Ich hoffe es ist dann nicht zu spät für den Heim. Ihr seht hier schon die Opfer. Meine bisherigen Taten. Und heute wird es noch wilder. Das könnt ihr mir aber glauben. Ich habe eine Worte. Du wirst mich nicht! Deine Hand sind schlägt. Lass es! Sie kann nicht zurücklaufen! Das ist der Punkt! Geh aus dem Weg! Sie hat nicht dein Bruder, Arka! Du bist besser als das! Du bist besser als das! Du bist besser als das! Den überschrittenen Hass der Wachen bewundern. Das, das ist falsch, oder? Zwischen den Armbrusten und Doppeln treten. Schweig, das könnte das letzte Wort sein. Es ist nicht egal, wenn du mich töst. Ich bin gewählt, von dem absoluten ich bin. Ich bin glücklich. Hier kommt es, du kleine Böse! So ein Trick. Ich will das irgendwie... Ich will die retten. Ich will versuchen das irgendwie. Wir brauchen eine Verbündete auf dem Weg zum Komplettnager. Ich muss wahrscheinlich in diesem Spielstand öfters speichern. Sonst gibt es nichts. Nur dann wieder eine Stunde wiederholen müssen. Ich bin dieser Weg vorher? Zu den anderen kommen noch später. Immer gespeichert. Schuhe, bevor du deine Nerven verlierst, Tieflin. Es sieht aus, wie der Absolut mir einen Protektor schießt. Du musst sie auch töten. Du! Geh! Danke, Tieflin. Schaff mal. Easy. Beide zusammen wären nur 120. Alles. Scheiße! Scheiße! Warum interessiert ihr, wenn ein Goblin lebt oder stirbt? Dein leckeres Herz wird uns der Tod sein. Gott, du bist beeindruckend. Okay, dann. Es ist alles gut, Arka. Lass uns gehen. Ich habe das nicht richtig verstanden. Über die Türken. Es sind die Türken, bevor sie abhauen. Okay, das sind die am Leben. Ich muss ja nicht jeden Türken. Glaubst du es oder nicht. Aber ich habe einen ähnlichen Standort gesehen, zurück auf dem Jöring-Portal. Natürlich. Eine Erfindung wie das, besitzt alle Formen ausländischen Untertiteln. Was ist das gehende Portal? Was war das für ein Komfort dazu? Ich bin... nicht nur Stimmung für Anekdoten. Ein Inn, in Waterdeep. Oh, never a dull moment there. Adventurers kommen von all over Faerun zu versuchen, ihre Glück auf der Welle. Leads into the Undermountain, you see. Full of death, danger, and vast amounts of treasure. Hard to resist. Oh, ein Drow, ein Dragonborn und ein Kleriker von Syrik walk into a bar. Dein Standardfair. Vielleicht jemand schießt die Karte. Vielleicht war es etwas witzig, witzig, witzig. In any case. Out came the Crossbow. And a hush fell over the entire room. Was... Was geschah dann? I stood up and yelled Shadow Dark Ale for everyone. The crowd cheered. The tension drained into five dozen tankards and soon all was well again. In a place like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was call for ale, but you went and stood in front of that Crossbow. I drink to that. I... Was he new friend? You're a long way from home. Ain't you underdwarf? Get me out of here and I'll introduce you to my tribe. You'd like them? Let's do it. We're burning her name across the face of the world. You won't regret it. Promise. We can't open this yet, but... I can't do it. Or not. Hmm... Hmm... I should let it hit, but the dead core has not stopped. Feiermengue Immunität, Säureverwundbarkeit, Wuchtverwundbarkeit Säure kann noch keiner von uns Oh, enough waiting, I closed the flood Every last one of you Tsiyaa Oh du, die Schlafs sind alles faszinierend! Die Schlafs sind nahe! Eine Kreis-Truhe. Eine Sussungs-Truhe. Wir dürfen noch ein Schlossknappungswerkzeug. Dann können wir damit... Aber ich werde kürzt. Ich wundere, wenn die Goblins kommen. Was ist das Bitterstöschen? Du wundere, jemanden zu schrauben. Du wundere. Ach was. Wir wollen jetzt nicht den Zauber verschwenden. Das können wir dann später noch brauchen. Wir wollen noch die anderen kämpfen. Wir haben schon die anderen getötet. Jetzt können wir die doch nicht am Leben lassen. Für die Erfahrungspunkte. Na, in der Armbrust. Warum nicht? 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 Ich habe die Hände auf alles gesetzt. Schlecken. Schlüssel zum Lager. Liegt da rum. Ich nutze mal das Lager, da ist doch nichts dagegen, Schrankschlüssel. Die Gesprächoption geht zum linken, der keine. Was soll das für ein Lager sein? Kleidung, armselige Kleidung, die brauchen wir nicht. Oh, Schroßenträgerwerkzeug, das ist gut. Warte kurz, die will nicht mit uns reden, oder doch? Tja. Ja. Wollen wir? Kein Schmerz in ein kleines Mysterium, nicht wahr? Ich hoffe nicht. Habt ihr schon mal die Leute, die... Sag für einen Moment, dass ich war. Bist du, gut? Ich mag dich. Die will nicht mit uns reden. Keine Zeugen da lassen. Schlüsse zum Lager. Das Tagebuch. Jetzt ist der Hände dann auch da. Da können wir noch ein bisschen Sachen verkaufen. die freundliche musik hier Händschuhe, der macht dringend was ne 4 Mist Inspiration Alter Ich kenne mich, dass wir gesprächert haben Dinge sind 3 Fühlt mich überzeugt Leid den Weg Ne, sehr ist nicht einverstanden Grundlos Mord schon, aber Nehmt die nicht Die 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 Ich habe nur 6 HP. Und dann blöd werden. 5 HP. Gut, dass wir gespeichert haben. Gut, das habe ich aufgefangen. Was ist das? Was ist das? Ich stelle schon. Ich stelle schon. Ich stelle schon mal eine gute Passage. Wir haben gleich einen Kampf. Und das Bären. Die Wichterstattung, die hätten wir aufschalten müssen. Das ist nicht gut. So ein Mist. Wir lassen sich erst mal hier. Wir dürfen das Gefängnis, wenn da der Weg befreit ist. Obwohl wir keine zur Vordertür haben. Da dürfte keiner mehr im Weg stehen. Warum gehen wir durch die unterirdische Passage? Das ist Blödsinn. Das ist kein einziger Tiefling mehr im Nacken. Die Droiden unten vielleicht, aber ich kenne davon nichts mit. Der Händler wird das nicht abfalten. Eventuell gibt es noch zwei Bogenschützen auf der Mauer. Aber wir brauchen das Beste. Und dann geht's doch. Du bist bereit für mich zu treffen, meine Träume? Nur sagen Sie die Worten. Appelliert! Es wird nicht die Träume. Wir laufen nicht einfach durch die Mitzung. Wir sind hier für die Obdessen auch nicht. Okay, 6 HP. Wir müssen aufpassen. Stand noch hier. Schade, er ist weg. Sind da noch welche? Sie ist noch nichts, aber... Okay, juckt das nicht. So, du bist jetzt in der Freiheit. Ich dachte, ich werde nie rauskommen. Gut, wieder frei zu sein, muss ich sagen. Ihr habt, was versprochen, schon vergessen. Wir werden uns heute eingesperrt werden. Es wird weitaus schlimmer sein, als dieser Käfig, wenn ihr mich nicht entschädigt. Ich werde dich in meine gesamte Tribe geben und dir eine gute Worte für dich. Siehst du in das Camp? Sehr schön. Jetzt läuft sie wieder rein. Nicht mein Problem. Wir werden sie befreit. Ach, sie läuft einen anderen Weg. Hier geht's rein. Ich habe gerade die Orientierung ein bisschen verloren. Mein letzte Zimmer noch bei ihm. Großer Fehler. Sie werden dir helfen. Sie werden dir helfen. Aber nur, wenn ich sage. Gehen wir mal hier entlang. Jetzt sind Fahrstuhl nach unten. Ah, verdammt. Wir müssen von der anderen Seite durch. Ah, verdammt. Wir müssen von der anderen Seite durch. Die Nummer 2. Die Fahrotter. Sammels. Ach, Klamotten. Dann das abgehoben. Sehr schade. Mit Schattenherz würde ich jetzt nicht reden. Nichts Wichtiges hier. Das ist schon immer genug. Mattes. Hm. Schickes Kumpelstück. Schickes Kumpelstück und den Ring verschwinden lassen. Andrew der Macht sind echt genial. Wirken, Bleeding Hells. Okay, vielleicht nicht mehr Lust. Aber seitdem du bereits hältst das Ding... Call es Heads oder Tails. Tails es ist. See? Das ist das Kind der Lust du von einem meiner Glückwunsch. Ich habe mehr, wo das kommt. Real cheap, auch. Interessiert? Heads ein einziger Mitzhof. Du weißt noch lange nichts. Nein, danke ich... Kann ich eine andere in der Waren sehen? Danke. Höchstlosen Ring. Hey, warte auf, du musst dafür bezahlen. Okay, behalte es mir. Mach es ein Sample, ja? Aber du musst zumindest auf die anderen Ringe schauen. Okay? Ich muss es essen. Was hat der für Waren? Das ist was ich bekomme. Oh, schon gebrauchen. Und wir haben ein bisschen Geld. Tja, wegen der unbegrenzten Wünsche. In der totalen Unsichtbarkeit. Rutsfernmittel. Ein bisschen Nahrung. Fernmittel-Kurpo. Schlammiges Rot. Gut. Das ist von uns zu wenig. Ja, kann man die Axt abgeben. Lederstiefel. Tja. Tja. Ja, es war wirklich etwas zu wenig. Es ist von uns zu wenig. Es ist von uns zu wenig. Ja, früher oder später. Guck mal das. Und die Schrift, was ist das wert? Einfach 5 geben. Machen wir das, oder hat ja noch was für 5. Und die Gabel. Mit Zivi. Ich denke, warum die jemand durch das Theater ignorieren und sie packen. Ich hoffe, wir töten die nicht. Wow. Tja. Wir haben was verloren. Es gibt alles, was wir eingekauft haben gerade. So ziemlich. Wir sind nicht. Ich gebe es dir. Da bin ich hin. Es wird nur ein Aufmerksamkeit. Nicht so. Ich werde da dort sein. Aber dann kann ich da sein. Ich werde das überfassen. Nicht so. Nicht so. Ich werde da Clifford rein. Eine bessere Idee Nein Toll Wie sollen wir da jetzt hochkommen? Sind alle hier unten Und sie noch nach So Meine Hoffnung wird mich Ansonsten müssen wir sie zugelassen Wundervolle Wundervolle Das ist natürlich Blut für die nächsten Ich weiß nicht Ich weiß nicht Jetzt müssen wir erst mal gegen die Rüden kämpfen. Nicht gegen dich. Warte, vielleicht können wir sie gerade mal ins Lager schicken. Nicht erreichbar. Ich hab dafür gesch后. Das stimmt. Ansonsten, dass alle da sind. Was? Wenn du sicher bist? Dass du sicher bist? Es dauert es ab. Okay. So kann ich das auch erklären. Bleibst du hier oben. Und die Tieflingskinder kommen da jetzt bestimmt nicht mehr hoch. Das war der Zweck. Das Ding wollte ich mal Astario mitnehmen. Nein tun wir nicht. Ich fühle mich sicherer. Lied auf. Oh da können wir gleich mal leveln. Ich werde den zum... ...Nikromeiser machen. Zum Hexenmeister. Ich muss da erstmal bei Lazarus vorher schauen und die Klasse wechseln. Geben wir mit ihm erstmal zu Platz. Was? Bevor du vor... ...durch Aufstieg machen. Ich habe kein Geld mehr oder? Ich werde hier in deinem Kamm sein. Nein. Deine Körse ist näher empty. Verdammt. Und dann machen wir das erstmal. Stimmt, wir haben das Geld alles ausgegeben. Das ist ein Trick. Assassiner. Die benutzen ihre Fähigkeit in Heimlichkeit und Diebstahl, um sich zu holen. Das ist ein Arcane Betrüger. Assassiner. Da können wir hier schon ein paar Zaubertricks erlernen. Ich brauche Kälte. Personen verzaubern. Ich glaube wir können dann nochmal neue leveln, wenn wir... ...das wechseln. Wir müssen uns aufheben. Finden wir irgendwo. Irgendjemand hat Hunderts. In der Tasche. Irgendwen können wir hier schmuten. Es ist sehr egal. Ich bin schon gut. Und das ist das. Ich bin das. Wir müssen jetzt eher ein paar Zaubertricks was einfach zu wissen. Das ist ja die Zaubertricks. Ich bin also nicht drüben die Zaubertricks. Aber die Zaubertricks sind auch der Zaubertricks. Und da muss ich auch immer gespricht. Ich kann was auch schon mal fragen. Ich kann die Zaubertricks nicht. Was gar nicht anders! Sieg mir hier und weitergehen. Aber es wird ein paar Zaubertricks nicht. Stopp! Ein weiterer Schritt und Magrim wird dich öffnen, wie ein Sack von Blumen. Sie angreifen. Wenn du mich jetzt hierherst... Wenn ich dich komm, wenn sie inzwischen über die Wand gehen will, wenn ich will. Ich will sie jetzt noch nicht sofort angreifen. Wir machen was später. Einen Moment. Was? Du! Hey Voodoo! Ein Dweyga, okay. Du wirst gesperrt. Ein paar Fragen, wenn du es bitte. Es gibt keine Überstattung von meinem Interesse. Ich mache es sehr schnell. Hand zu Hand. Glorie! Wie würdest du... ... und schaue deine Meinung, ... zu erfolgreich erwähnt, ... verschiedene Details von Goblin-Behäbungen. Hier waren alle Goblins um die Trächtung Böse, ... wo man sich ihre Goblins von Pagern angeführt, ... von Polygas flankiert. Goblins? Ein Mythweaver. Und der Drago, den sie in der Rehre hatten, war es von Brass- oder Silber-Variate? Ja. Die Begriffe haben... ... verstanden, ... den... ... obvies... ... Drago. Die letzte Frage. Dann wirst du ziemlich frei sein. Hatten die Attacker... ... zum Absoluten, ... wenn sie auf die Gap... ... fallen? Ich habe den Skandal hinterlegt. ... aber... ... die Goblins, ... Pergament und Tinte nicht mehr... ... um zu gewöhnen. ... um zu gewöhnen. Ich bin auf meinem Weg zu ihrem Camp, ... als wir sprechen. Ich... ... ich... ... habe sie gehört, ... aber... ... sie wurden ziemlich gefeiert... ... aber... ... bis... ... ... ... ... ... jetzt müssen wir mal hier rufen ich glaube das wird grausam schweigen und zuhören, was klingt das für ein Lied, wie soll ich sagen, das klingt etwas unfertig es ist in Ordnung, der Heim könnte weiter ein Startwert werden, für irgendeine Musik ist jetzt keine Zeit, es ist klar, dass selbst die beste Stimme der Welt den Text nicht retten könnte nein, ich meine, ja, ich versuche diesen blöden Lied, und es ist nichts, du kennst mal sehen, ob ich helfen kann das Teil des Schaffensprozesses, Qual und Ekstase, hauptsächlich Qual und komponiert die ausgerechnet in solchen Zeiten, tauscht die Lautsinn über gegen eine Waffe und hier wird sie verbrauchen ich habe ich habe ein extra Lüte, wenn du willst ich ich starte von dem Beginn, wir nehmen es langsam ich 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 das ich ich bin ich hab Das wäre jetzt auch so gut, dass sie waden. Das ist so gut, dass sie waden. Oh je. Das ist wirklich ein Düdenwasser. Okay, ist entverstanden. Keine Sorge, weint euch ruhig aus. Das war ein schönes Lied, kein paar Drehen mehr hat. Kein Problem, es braucht aber noch einen feinen Schliff. Seht euch noch mal den Heiland so gut, so einartig. Ihr habt ja einen guten Tribut für sie ja Sonnen. Für die Trauergeschichten hört man ja ständig. Sie werden zerrt, sonst sterbt sie ja. Ihr habt ja einen guten Tribut für sie ja Sonnen. Für die Trauergeschichten hört man ja ständig. Sie werden zerrt, sonst sterbt sie ja. Sie haben es geschafft. Die Weeping Dawn wird mein Geist, Talihala. Von einem langen Weg zu gehen. Aber danke dir. Ich... Ich brauchte das. Sehr süß. Oh, sehr süß. Der Vomitus gaule within, despares auf deine Liebe. Ok, wir müssen noch spiele. Okay, wir pass spielen. Musik 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 Ich habe noch einen Ruch zu holen, bei 5. Hmm, wie kommen wir denn da ran? Okay, die kann ich nicht. Ja, das ist gut. Ein Wut, Kappe der Heilung. Ja, ich kann das daran erst mal tragen, dass er etwas besser kriegt. Sieht ja interessant aus. Ich habe jetzt erwartet, dass wir wieder wie bei dem Eichhönchen Hölzer sind. So weit wird er hingehen. So weit wird er dann... Probieren wir ihn kriegen. Sieht ja automatisch ab. So weit ist er. 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 Oh ja. hier aufmachen. In viel Schnauhe. Ich kann mich nicht sehen, was ich wohl. Magic Missile Das ist schlecht Und sie macht nicht mit Was ist das? Ich werde deine Kopf haben, Harpy! Wird mal ein Blitzschlag Knochenpläte Knochenpläte Magic Missile Nummer 2 Was ist das? Ich werde deine Kopf haben, Harpy! Was ist das? Ich werde deine Kopf haben, Harpy! Ich werde deine Kopf haben, Harpy! Ich werde deine Kopf haben, Harpy! Viel stark Mit einer Kopf haben wir Eine vier Stap Das ist nicht so toll Wir sind geliefert Wir sind geliefert Wir haben es geschafft die nehmen wir verschickt nehmen wir eine mit für das lager jetzt noch ein nest von denen noch ein hofen das nun durch sprich nicht geht durch da sollten wir mal hin jetzt noch was oben nur durch die steine gehen noch ein nest kommen wir da irgendwie anders hin nur knochen und kerzen und fundierte durch vielleicht ein bisschen was wert da sind noch nicht unbedingt gehen das wunderreich bauwind mein karte los hier machen das geht auch wieder zusammen mit klassen wechsel wie viel haben wir 69 das braucht noch ein bisschen sprühende farben in der sprühenden farben hat einer von denen das nicht schon das könnte erst einmal geworfen mitkommt ich glaube ja das ist leer dann haben wir das auch ein kurzer rast verbraucht hier geht es darum Danke schön. Ich kann wohl gleich auch noch angreifen. Ich will die Schüchtern. Nice. Material 20. Er klärt uns alles. Bitte nicht so laut. Ich werde dir sagen. Aber bitte nicht das wieder. Mehr folgt Korga jeden Tag. Sie sind Angst und sie gibt eine einfache Lösung. Ejecte die Flüchtlinge und wir werden sicher sein. Er hat sich ungerecht. Vielleicht nicht. Aber das macht es nicht richtig. Nur Master Hülsson kann das stoppen. Ich wünsche, dass mein Zeug zurück. Wenn nicht, ich Angst für meine Leute. Find Nettie in ihrer Wohnung. Through the curved door, deeper in der grove. So, jetzt töten wir das erste Kind. Im Spiel. Dann gehen wir uns mit allen anderen an. Ich bin einfach gemeint. Sie müssen den Preis bezahlen. Bitte. Das ist Me... Oh, was, Raph? Ich werde... ...ein Death Viper. Ich bin einfach gemeint. Ich habe einfach gemeint. Ihr wollt so zu mich sehen. Hier bin ich. Wir werden schnell genug sprechen. Erstens. Die Verpflichtung muss durchgebracht werden. Der Parasite. Wir essen unsere Essen. Wir trinken unsere Wasser. Dann stehlt unsere größte Eidle. In Dank. Raph. Lass sie auf. Sie bleibt hier. Bis das Recht ist. Die Verpflichtung ist. Und bleib still, Devin. Diele ist nicht. Komm, Kogar. Wir haben den Eidle zurück. Sicherlich... Mach es. Der Schneck ist ein Lass der Begriff, zeigt seine Intenten. Wenn der Kind kämpft, ist er zu schrecken. Die Todes. Die Todes. Eine Zeit langsame Trageidie die nie immer wiedererdeckt. Zum Ausgang blicken, damit das Kind wegzulaufen, versucht, den Verstand will, dass die Schlange das Kind tötet, aber das Herz will es nicht, sich zusammenreißen, naturisch schätzen, droiden, nicht harmonie, das Mädchen einzusperren, tötet das Blechgewicht, verzeugen das sie frei, ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht, aber einschüchtern, sie ist doch noch klein, dass sie sonst kriegt ihr alles mit mir zu tun. Angriffsbereit machen. Äh, ja, ich meine Trago. Let judgment be cast. Spill blood after, if you must. The Outlander must strike on Zeppel's behalf. Call the Circle to arms. We will cleanse the grove of parasites, once and for all. Teela, attack! Wir kommen jetzt endlich. The time has come. Remove the outsiders. Die Töten. Ah, jetzt können wir auch gegen die Droiden. Das wird ein großer Kampf. Stufe 3. Ah, das wird interessant. Ob wir das überleben. Hä, wo ist man denn, ich habe das Schwert verhinden lassen. So ein Rigg. So ein Blödsinn. Warum will ich denn das Schwert fallen lassen? Was ist denn das? Weniger. Wo ist uns da so meinserhöhlt? Nicht schlecht. Oha. Schwertfurcht schon wieder. Angriffen zu können. Okay, in Hamza. I'm getting more. Wow. Er ist schon stark. So ist es nicht. Und überladen. Oh, Arabella ist tot. Rache der Brutmutter. Giftige Rache. Wann immer der Träger geheilt wird, wird seine Waffe mit Magie überzogen. Gewirkt zusätzlich 1 bis 6 Giftschaden. Auch nicht schlecht. Gehen wir mal aus Tarion. Wildschild können wir fallen lassen. Irgendwo noch gehts. Garant. Wann ist wieder zurück. Wann war er? Wann werden Sie DC abschlen? Wann wenn Sie dort Lemonparken sehen? Die Tür begrennete die die Tür. Sie sehen. Das sollten wir auch mal mitnehmen. Den Fektor-Kopferspinte. Ich habe nur ein Fehlgeschlagen. Schönen Fügel. Fünfzig, die Fügel raus. Wir müssen es trinken. Hmm, für den Dagürtchen. Same Ding. Was ist da, wenn wir reden? Jan darfst du dutschen. Du siehst rassig. Schmerzig. Schmerzig. Du spasmst und schweigst. Du schmerzig. Ich kann mich kaum an eine Zeit ändern, bevor ich auf dem Lautolin erwarte. Und was schreckliches Braut sich in mir zusammen durch, ich weiß nicht was, überwältigende gewalttätige Du weißt hier den gynistisch wählen in deinen Schädel an. Oh. Oh. Eine Heiltrunk. Okay. Okay. Was ist hier? Naher trinken. Muss ich nicht gut so ausgesetzt. Was ist hier? Ich habe es nur. Können wir hier hinlegen. Oh. Sie hoppt. Ich muss wieder nutzloser Zeit mitnehmen. Ich habe noch eine Flasche. Nehme ich mit. Klicken wir mal hier rüber. Die Toredien, die wir suchen, ist nicht hier. Da haben wir sie schon ermordet. 113, sehr schön. Dann sollte man Star zurück und Starion zum Nexenleister machen. Da kommen wir jetzt nicht lang. Mehr Hei trinken. Ich werde dann mal raus hier. Ich nehme Kaga mit. Haste. Ich habe Worte mit dir. Draußen gehen dann die Kämpfe noch weiter. Oh. Hier liegt es hier. Und dann. Astarion muss mal. Klasse ändern. Und dann machen wir Schluss für heute. In diesem Port. Auf geht's. Das ist nicht. Nein. Nein. Das ist nicht. Ach so. x meister so dass man schon wieder strahlen so tricks band tauschen das hier ok der umholt x semester die im dienst von holgen stehen flogen zerstörerische schild absichtlich oder nicht und erhalten dafür höllischen segen groß alte hexen mäster die an mystische wesen aus fernen reichen gebunden sind arbeiten auf unergrundiert zieler hin und eignen sich seltsame kräfte über entropie und geist an erzfee du wurdest von einer fürstin und einem fürst der feen gesegnet und bist mit allen üppigen oder gruseligen eigenschaften des außergewöhnlichen reichs deiner schutzpersonen versehen so bei uns glaube ich das mit dem umholt haben von hada siegen des meisters für wünschen ja es wird auch was löscher tadel antrieb gut so was das noch mal so glaube ich ist darin ist die sechsten meister die können wir noch mal gleich leveln befehlen das gut schau dich anrufen bei den studien des okkulten wissens hast du unheilvolle befolgten beschwörungsformen zutage gefördert die dich anhalten des magisches talent von deinem qualvolle strahl und rüstung tiersprache führer scheinfluss teufelssicht der staatkraft maske der vier gesichter zurückdringender schall die und gibt der fünf schicksale wenn du eine kreatur mit schauriger strahl triffst kannst du sie bist 4,5 meter von dir wegwerfen jetzt bin ich 4,5 das kommt wegen dem feed falsches leben okkulten normal sehen magisch hat es auch nicht magisch ich war ein voller strahl und wenn du eine kreatur mit schaurigem gestrahlt triffst adiere dein charismamodifikator zum schaden hinzu zeigen dass negativ zwei klinge auswählen nicht mal den hier die tarifte sieht es glaube ich gar nicht schlecht na dann so machen was stufe 3 durchwölbe ist sehr praktisch spiegeln wir das auch sehr gut in dunkelheit bin ich mit rein das schutzpatron macht dir ein geschenk für den treuen dienste wieder in der folgenden pachter aus pakt der kette wünscht einen vertrauten hinzu ein fehlgeist der eine form deiner wahl annimmt kann ein tier ein tölfchen dein korsitz sein pacht der klinge du kannst deine paktwaffe beschwören oder die waffe die du trägst binden ein bisschen marisch wirkt das folianten das buch der schatten glücklich für den donerpeitsch zu wirken pacht der kette ist gut vertrauten finden teufelchen quasi unsichtbar werden ängstigen fliegen unsichtbar werden kann und jener stechen kann ängstigen ist schon geil aber so können wir alles alles drei haben wir durchwölk können wir noch brauchen schon geil sengler strahlt auch nicht schlecht das nehmen wir raus dafür befehlen nehmen wir raus dafür so 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 Lange Rast. Die Parts werden immer länger. Aber das ist jetzt wichtig. Nein, nein. Das ist nicht was es aussieht. Ich versuche. Ich... Ich werde dich nicht wehren. Ich... Ich brauchte nur... Well... Blut. Da, in der dimmen Feuerlicht, siehst du ihn für was er liebt. Ein Vampir, der schläft für sanguine Hunger. Und ich meine Leute töten. Das ist doch immer noch. Eine verrückte Sensation kursiert durch dich. Und dein Kumpanions-Mind schlägt. Nein. Ich werde dich in der Morgen sehen. Ich habe etwas zu fragen. Ja. 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 So, und dann, und weiter geht's im Druidenheim, im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao. So, und dann, und weiter geht's im Druidenheim. So, und dann, und weiter geht's. So, und dann, und weiter geht's. So, und dann, und weiter geht's.